Moin Moin! Das ist das Zürtagebuch vom Tambour. Ich weiß nicht wann er kommt. Wir haben hier wahnsinnig geile neue Technik. Man sieht hier den alten Stecker, so wie er früher war. Und das ist das ganz neue System. Unser Trademark, das werden wir noch anmelden beim Patentamt. Dadurch passieren wahnsinnig geile Sounddinge. Und du hast keine Chemtrails auf dem Dudelsack. Kleinen Wacken. Den mittelalterlichen 40 Tonner haben sie auch schon hingestellt. Er hat sich festgefahren und bewegt sich keinen Meter mehr. Und der Frank dunklt seinen Würstel in den Mustard. Mustard! Mustard! And in Frank! And out Frank! Der Fleck war hier. Sieht man auch ganz leicht. Das war echt ein Spermafleck? Was stellst du für Fragen? Die FSK 18! Interessiert mich halt. Was fällt dir für ein Song ein, wenn du das siehst hier? Ich dachte jetzt eher Schlussdivisit oder so. Ach so. Ja das war es so. Ne, ne, ne! Was? 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 Das war jetzt das letzte Tag des MPS-Konzerts. Das ist ja dieses Jahr. Das ist ja dieses Jahr. Das war auch so, dass wir uns auch auf den Zirkus Zeitgeist bekommen. Total geil. ... für die beiden die sich jetzt bedennten Spielräume von... ...Saltatio! Alter! Der kommt da oben noch gar nicht an. Nutzi, Dunking! Trinkgeld, Dunking! Nein, nein! Nein, nein! Es scheunt! Es floggt! Und es scheunt! Boah! Küssen! 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 Boah! Ich hab grad wieder mächtig Schubi-Dude! Ich hab schon gesagt, auf Wiedersehen aus Remmeringhausen. Was? Jetzt schon! Ja, jetzt schon! Vielen Dank für diese wundervolle Saison. Es hat mir richtig Spaß gemacht, mal wieder für euch zu spielen. Die fangen jetzt grad an zu spielen. Ich muss auch gleich los. Also, es war eine geile MPS-Saison dieses Jahr. Ich hoffe, wir sehen viele von euch nächstes Jahr wieder. Am besten wär's natürlich, wir sehen euch schon auf der Tour im November. Auf der Zirkuszeitgeist-Tour. Zirkuszeitgeist-Tour! Zirkuszeitgeist-Tour! Alter, der Tag war lang. Kommt vorbei auf der Tour, es wird großartig. Ansonsten sehen wir euch nächstes Jahr auf dem MPS. Ja, viel Spaß! Auch viel Spaß jetzt mit der Zugabe, die ich gleich lostrommle. Also, wenn die ihr Intro fertig haben. Tschau! Tschau! What the fuck? Tschau!